Wo kommen sie? Gut, dann werfen wir die Schilde an. Einfach nur mal, um Krieg zu machen. Denn was die können, können wir auch. So, dann schauen wir uns mal um. Wo gibt's denn noch was zu holen? Ich suche nämlich eigentlich immer die... ... die Rute, die man gut sammeln kann. Wo man am besten sammelt. Das war ein guter Hinterhalt. So. Dann stecken wir gar nicht so viel ein. Wir können auch Unterstützungsflossen anfordern. Selbstreparatur 9. Erstmal wieder heilen. Ziel bestätigt. Da. Muss aus sein. Tankstationen. Okay, jetzt sind wir auch wieder in der Prüttensituation. Alles klar. Wenn ich den Überblick nicht habe, dann Energieschilde oder sowas. Das geht schon immer. Ganz gut. Genau. Und dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Power machen. Und kämpfen wir uns so in der Gegend durch. Wir müssen ja auch mal die Nuklearraketen einsetzen. Ist ja klar. Im Gange. So. Dann hätten wir hier auch ziemlich viel schön eingesammelt. Bestimmt noch mehr. Wo müssen wir denn hin? Da ist unser Ziel. Okay. Was heißt... Jetzt gibt es erstmal einen auf die Reparatur. Und dann machen wir ein IMP auf das Schiff. Machen schon mal einen Angriff. Was wir ja ordentlich mal Damage machen. Ja, dass wir angegriffen werden, ist mir klar. Dafür haben wir ja Energieschilde. Ich dachte, bei den Schiffen kommt noch irgendwie Hinterhalt oder sowas. Aber anscheinend hält sich das auch in Grenzen. Selbstreparatur läuft. So, gut. Dann hätten wir einen allen gesammelt. Okay, dann machen wir... Machen wir auf die. Und wir greifen gleichzeitig die her. War denn hier noch eine... Machen wir hier eine Unterstützungsflotte? Aber wieso nicht? Haben wir eh genug davon. Können wir uns nämlich darauf konzentrieren. Dass wir hier... Ein bisschen Power machen. Okay. Damit es hier ein bisschen schneller geht. Ist ja klar. Ein bisschen Schild. Damit wir hier nicht gleich alle Schiffe verlieren. Noch eine Unterstützungsflotte. Man kann nie genug davon haben. Und wir machen ein bisschen Party hier. Die Unterstützungsflotten agieren ja... Selbstständig. Oh Gott. Okay. Wir haben nicht weit genug nach oben geschaut. Nuklearakete. So. Unterstützungsflotte auf die hier. Den machen wir auch noch fertig. Ich hab gesagt, den machen wir auch noch fertig. Es ist nur wichtig, dass wir die Items kriegen. Mehr nicht. Bestätigt. Knappes gewesen. So. Schauen wir mal. Ziel bestätigt. Dass wir hier auch nicht auffliegen müssen. Kampfstationen. Ja genau. Fahren noch rein. Ist ja kein Problem. Ziel bestätigt. Geht. Dann schauen wir uns mal um. Wir haben jetzt nämlich ziemlich viel Party gemacht. Da unten liegen noch Sachen. Koordinaten bestätigt. Und dann... IMP auf die hier. Kampfstationen. schon alleine dafür. So. Dann brauchen wir die Schilde. Ist jetzt aber schwierig, die Schilde zu setzen. Wenn die Schiffe sich so verteilen. Dann kann ich die Schilde eher schlecht als recht einsetzen. Auf allem den. Die vorderen brauchen es anscheinend. So. Und hier ein bisschen Kriegparty machen. Dann schauen wir mal, dass wir hier aber auch wirklich gut durchkommen. Weil ich möchte diesmal kein Schiff verlieren. Das habe ich mir so ein bisschen als Ziel gesetzt. Reparieren wir uns. Bisschen was einsammeln. Diese Angelegenheit erfordert Stärke. Okay. Die Wellenmine dreimal benutzen. Ja gut, das schaffen wir im Gesamten. Das schaffen wir schon irgendwann mal. Wenn wir das halt auch wollen. Das ist nur aufpassen. Der Turm könnte uns zum Fängnis werden. Aber ich glaube, das tut uns nichts Böses. So. Wir können hier mal ein bisschen Party machen. Jetzt ist Party angesagt. Alle zum Einsatz. Was wir hier auch. Ja, nichts vergessen. Gut, gut. Dann können wir hier auch wieder eine Wellenmine einsetzen. Wenn wir die dreimal einsetzen sollen, klar. Sonst machen wir es eh nicht. Macht aber vielleicht auch mal Sinn. Ab und zu. Sie ist ja nicht ohnmächtig. Ohnmächtig. Ja, das ist auch ein Scheißbott. Sie ist ja nicht schwach. Wir brauchen Treibstoff. Wir sind sonst ziemlich schnell zu dem Arsch. Das muss ich schon mal so sagen. Okay, aber hier gibt es auch massenweise also Gebäude zerstören. Rentiert sich anscheinend. Und jetzt bloß gerne eine Reparatur-Tone eingesetzt. Dann machen wir halt Energieschilde. Aber wenn dabei die Frame-Rate zusammendrückt. Dann stecken wir wenigstens nicht so viel ein. Das ist auch gut. Das ist auch immer blöd, weil man dann keine Schiffe mehr hat. Oh, da gibt es wieder viel. Da gibt es viel zu sammeln. So. Jetzt ist hier bald die komplette Area abgescannt. An Sachen. Okay, wir greifen die an. Weil Gebäude sind ja ziemlich geil. Anscheinend. Deswegen, warum nicht? Wir haben jetzt schon 10 von diesen tollen seltenen Dingern. Oh. Yeah. So, mach mal. Ah, zack. Oder halt so. Genau. Dass wir halt auch mal wieder Treibstoffen kriegen, um unsere Schiffe zu reparieren. Das muss nämlich auch mal getan werden. Schildern. Das sind ja nicht alles. Koordinaten bestätigt. So. Unterstützungsflotte auf zweites. Koordinaten bestätigt. Und das hat sich dann ziemlich schnell ausges... Ja. Ausgeschlachtelt. Würde ich fast sagen. Na, die sind ja auch nicht blöd, die Gegner. Da ist wieder eine Werft. So, ein bisschen Krieg. Mach mal. Ein bisschen. So, Einmalstil müssen wir machen. Und dann nochmal EMP. So. Und volle Kraft auf diese Werft. Die macht uns nämlich am meisten zu Schaden. Das ist mal auf jeden Fall eine strategisch gute Lösung. Oh, man kann durchkommen. Man kann gut durchkommen. So. Ein bisschen Treibstoff wäre noch sinnvoll. Da ist ja noch einer. Das ist schon nicht schlecht. So, einer wird einen einsammeln. Bereit für Einsatz. Und das Türmschen zerstören wir auch noch. Schon wieder so ein Hinterhalt. Unglaublich, was man da alles mitmacht. Aber was die können, können wir auch. Das ist ja überhaupt kein Problem. So. Wenn ihr natürlich schaut. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nichts Großartiges. Das ist nur Kleinvieh. Was zwar auch Mist macht, aber nicht bedrohlich ist. So. Dann schauen wir mal eher in die andere Richtung. So wie es sich schon abblühen. Plötzlich tauchen wir da auf. Das ist ja kein Problem. Wir sind da. Wir schützen alle. Jetzt haben wir natürlich kein GMP. Was auch ein bisschen beknackt ist. Temperatur-Drohnen gestartet. Oh Gott. So, so. Party hard. Ich würde mal sagen. Party hard. Ein bisschen zerstreuen. So schnell nicht noch einmal herausfordern. Klaro. Klaro. Da sind wir doch voll dabei. Ah, die schicken die Kleinschiffe los. Das ist ja nicht so schön. Und. Da sind sie erst mal außer Gefecht gesetzt. Jetzt nämlich auch noch ein bisschen was zu sammeln. Koordinaten bestätigt. Und da kommen die Nächsten. Die haben so ein bisschen den Krach mitbekommen. Der Nachbarschaftsstreit hier ist nicht unentdeckt geblieben. Kampfstationen. Machen wir noch ein bisschen. Bisschen Treibstoff brauchen wir nämlich, um uns wieder selbst reparieren zu können. Die Temperatur-Drohnen gestartet.